Herzlich willkommen auf dem neuen YouTube-Kanal Zacchaeus Online. Wir wollen nicht nur im realen Leben für Sie da sein, sondern auch auf dem digitalen Kanal. Das wird besonders wichtig im Augenblick, wo man persönlich keine Gottesdienste feiern kann. Aber digital geht das eben schon. Kommen Sie mit herein und genießen Sie Gottesdienste vor dem Bildschirm. Zu Hause, im Büro oder wo Sie auch sonst sind. Gar keine Frage. Persönlich wäre es schöner. Aber so geht es eben auch. An diesem Sonntag, Judika, feiern wir diesen Gottesdienst hier aus der Zacchaeus-Kirche. Zacchaeus Online heißt natürlich nicht, dass es nur für die Sauerlacher gesagt ist, sondern es steht für den Zacchaeus. Zacchaeus gehörte nicht so recht dazu zur Gemeinschaft. Er war außen vor. Und trotzdem ist Jesus auf ihn dann zugegangen und hat sogar mit ihm gegessen. Wenn selbst dieser Zacchaeus dazugehören darf, so vielmehr auch wir. Auch dann, wenn wir nicht persönlich in die Kirche kommen können. Viel Spaß also mit unserem Kanal. Schauen Sie ab und zu rein. Es wird immer wieder neue Angebote hier geben. Untertitelung des ZDF, 2020 8 9 21 20 21 Vielen Dank.